Ich habe mich ganz kaum glauben, ich halte mich kurz, da ein Dreiviertel ergerichtet. Eine Superzoom-Kamera, das kostet nur 259 Euro, hat die Qualität vom besten Handyphone, also sehr schlecht als Top-Apparat, aber dafür kann ich 60x zoomen mit der Panasonic FZ-82. Entschuldigung. Ich habe lange recherchiert. Du bist die Reflex-Kamera, so eine Ausrüstung von Kinder, gell? Aber diese Dinger haben schon Ultra HD und bei gutem Licht, fast keine Qualität.